Ja und gut, dass das wieder so verbuggt ist. Ja. Muss ich jetzt da runterspringen? So, jetzt muss ich gucken, gerade ziehen erstmal. Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? So, wie viele hunderte von Baustellen brauchen wir jetzt? Scheiße, ich habe es falsch gemacht. Ach, Mann. Komm doch mal hoch, ja? Fühl dich frei, dies zu tun. Ja, keine Ausdauer mehr, ist okay. Kannst du für mich? Nein. Ich höre nur deine Maus voll ausrasten, ist okay. Oh, hier liegt Baumstämme. Ich rief mal mit. Ah. Oh, hier liegt Baumstämme. Bist du der Planke hier, muss ich. So. Okay, jetzt kann ich es nochmal versuchen, glaube ich. Oder ist das schön, dass es tief? Ich habe keine Ahnung. Ob das so richtig ist, was ich jetzt hier mache. Einfach mal probieren. Bauplan kannst du ja immer noch ändern. Oh, das sieht gut aus. Guck mal, ob das da bei dir da von der Kante her gut aussieht. Ich kann das nicht sehen. Ja, sieht gut aus. Okay. Hier war ein Hase. Oh, hier sind sogar zwei Hasen. Guck mal, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Eine Sekunde. Oh, hier sind drei Hasen. Sekunde, ich muss mich kurz konzentrieren. Auf die Jagd. Hast du Stücke mit? Stücke mitbringen? Ja, kann ich machen. Ne, ob du Stücke hast, weil du weißt, ich bin ja so ein voller Mensch und so und ich möchte jetzt hier gerne wählen. Ja. So. Bähne, bollere tun wir jetzt. So. 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 Bele, das ist alles gut. So. 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 3 hasen gerade nacheinander weggejagt und die sind noch mehr ja ich werde es erst mal ein paar fälle aufhängen tatsächlich wir sind auch koffer ich habe ja jetzt auf der plattform wo wir sind die wände gezogen ja ich würde jetzt nicht bei jedem ein fenster machen weil ich dann doch irgendwie gern mit einem kleinen lager und beginnen würde okay dann brauchen wir dann waren auch regale hinten und so machen wir uns dann richtig geiles lager aus also lagerraum ein gut der wagen ist übrigens fertig ja ich auch ach so die zählen schon dazu ja die zählen dazu ja Erstmal hier alles kahl machen, irgendwann ist um den Sä hier nichts mehr. Ach man, ich will doch den Pfeil haben, danke. Kannst du mal ganz kurz zu mir kommen, bitte einen Hasen aufsammeln? Ja, sie kommt. Ich streche gerade Bäume, lass mich mal kurz diese Tätigkeit fortführen. Kannst du? Ja. Wir sollten vielleicht nochmal, wenn wir schon so gut Leguane z.B., können wir mal anstatt immer Knochen auch mal Leguane besucht haben. Ja, die bietet aber kaum bis gar keinen Schutz, sondern mehr Tarnung, ne? Ne, die bietet keinen Schutz, keine Tarnung. Okay. Ja, ich höre oft das, oft am oft das. Einer ist im Baum. Passiert schon mal. Bald nicht mehr anfang. Bald nicht mehr anfang. Bald nicht mehr anfang. Loll! Hört ihr wohl auf? Einer von denen hat angefangen unsere Treppe da, die da schon steht zu kloppen. Gute Sache, dass wir schon das Repair-Tool haben, ne? Das war der letzte, was wir überhaupt haben. Ja, ich hoffe, dass das auch dann hin- und rückweg gut hinkriegt, das Ding nirgendswo hängen bleiben, wenn es eilig ist, weißt du? Ja. Bin ich irgendwie krank oder so, oder warum habe ich so wenig Ausdauer? Ein Vizier. Das stelle ich mir nicht so an. Einfach mal die Wunde lecken und nicht so. Stirbt Baum? Lol, hier ist ein Spalt zu einer Höhle. Okay. Also hier ist ein Höhleneingang und etwas weiter dahinter ist ein Spalt zu einer Höhle. What the hell? Ah, ich war noch heavy. Wir haben noch 20 Minuten, sollen wir da mal rein rushen? Wir können da mal Lucky Lucky machen, ja. Wo ist das? Ganz kurz zurückgehen wegen Essen, oder hast du noch was, was mir gehen kannst? Lass uns zurückgehen, ich muss ein bisschen was aufhängen. Ich habe drei Hasen dabei. Ja, dann können wir da gerne mal ganz kurz rein schnucken. Die Räume nehme ich jetzt mit. Keine Ausdauer, ja. Das wird so cool, wenn das hinterher steht, das Ding, ne? Oh ja. So. Gutes Ding, dass hier sehr viel getrocknetes Fleisch hängt mittlerweile. Voll geil. So, drei Stücke Fleisch, drei Stücke davon, zwei Lego Arne, zwei Kaninchen. Ich habe genug Zeug dabei. Ich nehme jetzt noch ein Kaninchen mit und dann ist gut. Vor allem wir haben ja, der Trockenständer ist fast voll und da hinten am Teich, ne? Die sind auch voll. Sehr geil. So, jetzt. Let's go back. Voll geil. Okay, dass wir einfach über den See stolz hin können, ne? Ja. Aber jetzt geht es runter. Denk dran, ne? Weiß Leguan. So, rein in die Höhle. Rein, rein, rein! Jo. Keine Ausdauer. Ja. Ich auch nicht. Vielleicht finden wir durch Zufall die Kettensäge. Da mache ich aber auch ganz spontan eine Stunde länger, wa? Das, da schließe ich mich dann direkt an. Lukas, ohne Witz, ey. Ich habe voll Modus gerade. Warte mal kurz, ich muss noch schnell das Ladekabel von der Maus anstöpseln. Ja. Wow, kein Licht. Hab mich in die Hose geschissen. Da 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 da. Ah, was gibt es denn hier? Ich kann keine mehr aufheben, du bist im Zug. Schwingen Sie sich da oben aus. Vielen Dank.